Wielocker hat das System entwickelt, um Velo auf geringster Fläche komfortabel und sicher parkieren zu können. Das ist ein Liftsystem mit Boxen für die Schlüssefächer für einzelne Velo, wo das Zubehör wie Helm und Rucksack etc. an der Vertikalen parkiert wird. Wielocker kommt überall dort zum Einsatz, wo es zu wenig Platz hat für die vielen Velo, sprich an Bahnhöfen, Wohnsiedlungen und Bürgergebäuden in Bienenstedt. Die Innovation ist die Kombination von Liftsystemen mit Schlüssefächer und das digital vernetzt, das man über Handy bedienen kann. Bei Wielocker geht es auch um Innovationsentwicklung, insbesondere mit der Mobilität. Da sind wir genau im richtigen Umfeld, weil Innovation für Mobilität ist genau der Kern des Innovationspark.